hallo und willkommen hier mitten aus der natur heute möchte ich mit euch zusammen etwas ganz besonderes hier besuchen und zwar die wimsener höhle das ist eine der wenigen höhlen die man mit dem boot befahren kann wenn nicht sogar die einzige höhle in deutschland wo man mit dem boot einfahren kann da ist kristallklares wasser drin und da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das an ich muss mich ein bisschen beeilen der parkplatz füllt sich langsam viele menschen möchten diese höhle besuchen hier unterhalb vom parkplatz fließt gleich der bach hier etliche zuflüsse so kleine wasserfälle es ist richtig schön hier das wasser ist hier so kristallklar und so leicht grau bläulich und immer wieder am grund liegen dort solche forellen das wasser ist bestimmt absolut eiskalt und hier typisch für die schwäbische alp kommen jetzt hier diese kalksteinfelsen so So, jetzt müssen wir mal gucken, für den Tag. Der Weihnachtbrot rauskommt. So, haben die 3.000? Noch älter, viel älter. 1,5 Millionen Jahre alt ist dieser Tropfstein. Das ist auch unser einzigster wirklicher Tropfstein. Wir haben zwar viele Steine hier, die tropfen, aber es sind somit keine Tropfsteine. Nur bei dem ist es so, dass sich das ablagert. So ein Tropfstein wächst pro 100 Jahre nur 1 bis 3 Zentimeter. Nicht mehr. Geht's noch mal gut, Soll? Ja. Niemand wird mal sagen, Stierfohle? Oh, was geht's los? Ihr dürft ruhig ein bisschen grinsen, sonst kriegen wir mal ehrlich. In dieser Vorhalle dringt noch natürliches Sonnenlicht ein. Das ändert sich ab dieser Stelle jetzt hier rapide. Hier beginnt der Teil der Höhle, wo wir kein wirkliches natürliches Sonnenlicht mehr drin haben. Darum haben wir hier auch überall Spots installiert, wie Sie sehen. Da wachsen auch überall Pflanzen drumherum. Es gibt auch einen Grund, warum, beziehungsweise eine Geschichte dazu. Und zwar im Jahre 1803 ist der König Friedrich I., nachdem diese Höhle auch benannt ist, auf Reisen gewesen hier. Und dieser Mensch war bekannt für seine Launenhaftigkeit. War schon ein cooler Putter, sagt man ja. Und gleichzeitig war der auch ein Schwervenner, ein Schürzenjäger vor dem Land. Jetzt hatte dieser Mann an dem Tag überhaupt keine Lust hin, in dieser Höhle Bötchen zu fahren. Wir hatten ihm gesagt, hier drinnen würde eine halbnackte Blutjungen wunderschöne Nympfe auf ihn warten. Und schwupps war der Mann natürlich ein Wort. Ein paar Felsen, da kann man hier und da Kratzspuren erkennen. Da haben wir nämlich noch einen Mitbewohner, der immer klammheilig hier reinkommt. Und das ist ein Biber. Jetzt gibt es Menschen, die arbeiten hier schon seit 30 Jahren. Hier sieht man rechts die Kratzspuren besonders gut. Und die haben noch nie diesen Biber gesehen. Und ich habe auf meinem Umfang fast gleich das Vergnügen gehabt, den hier in Flanken. So, vorab eine kleine Info. Ich werde jetzt gleich das Boot hier verlassen. Gehört alles zum Programm, keine Angst. Weil ich muss später an der Spitze wieder rausfahren. Darum machen wir immer ein bisschen Höhlen-Yoga nennen wir das ja. Freut mich in den Boden. Gehen wir rechnen. Kann ja sein. Ja, nein. Ja... Er schaut. Ah, dann geht es hinten. Wenn ihr an ihm gleichzeitig aufsteht, dann schaut mit es wettlich. Und ich möchte euch das ja beschaden. Das wäre schade. Das wäre schade. Das wäre schade. Das war einfach, weil man so tief in der Höhle drin ist, 70 Meter fährt dieser Kahn hinein und es wird richtig eng. Also man muss richtig sich ducken, das kam vielleicht beim Video nicht so rüber, aber auf einmal wird es richtig eng und ruhiger. Sehr guter Kahnführer, vollstes Vertrauen, der hat das alles sehr gut erklärt. Und so tief in der Erde zu sein mit Wasser drin, das ist die einzige Höhle in Deutschland, wo sowas möglich ist. Und so tief in der Erde zu sein. Und so tief in der Erde zu sein. Jetzt wandere ich noch ein bisschen hier in dem Flusstal, in dieser kleinen Schlucht. Und das erinnert mich hier richtig an Kanada hier. Also das ist ein Naturspektakel vom Feinsten. Deutschland hat einfach alles zu bieten, was das Herz begehrt. Kann ich einfach mal so sagen, es ist so schön hier in diesem Land. So eine wunderbare Natur, der Schwarzwald, jetzt hier die Schwäbische Alb, der Bodensee, ganz zu schweigen von den nördlichen Gebieten. Hier wachsen sehr viele Wildkräuter, wie zum Beispiel dieses Schöllkraut. Das Schöllkraut hat, wenn man ein Blättchen abreißt, einen gelblichen Saft. Und der wurde anscheinend früher auf Warzen geträufelt, damit die Warzen verschwinden. Das Schöllkraut hat, wenn man ein Blättchen hat. Und hier wächst alles voll mit Brunnengrässe. Da wollen wir mal probieren, wie die schmeckt. Ein kleines Blättchen, müsste sehr scharf sein. Oh, das geht eigentlich. So ein bisschen wie Senf und Meerrettich. Wirkt desinfizierend, auf jeden Fall. Und ist wohl jodhaltig. Und hier have we미�. Ok, Pike. Danke. 1. 3. 4. 4. None. Untertitelung des ZDF, 2020